Ja, mein Name ist Peter Jakobsen. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Navigator Energie Service und wir beraten Kunden beim Anbieterwechsel bei Strom und Gas. Wir beraten Kunden, wie eben schon gesagt, das gehört dazu. Und dieser Wechsel bringt den Kunden eine ganze Menge Geld an Ersparnis ein. Mehrere hundert Euro sind im privaten Haushalt drin und beim gewerblichen Haushalt reden wir über mehrere tausend Euro, die eingespart werden können. Weil wir über 40 verschiedene Gesellschaften anbieten, die wir in eigenen Rechnen gegeneinander laufen lassen. Und weil wir einen ganz besonderen Service bieten, den andere nicht haben. Wir überwachen das nämlich auch Jahr für Jahr und checken jedes Jahr neu, ob das, was wir heute machen, auch nächstes Jahr noch Gültigkeit hat. Und das bringt den Kunden natürlich eine riesige Ersparnis an Zeit. Und damit haben Sie Zeit für andere Dinge, die für Sie persönlich dann wichtiger sind. Und da hilft unser Slogan natürlich Strom und Gas, wechselt das. Sie sparen. Und wie, wir machen das für Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017